Siehst du die Partie? Dann sag einfach eine Figur. Achso, ah ok, ja, Bauer. Genau, dann mach ich... Den meinte ich übrigens auch. Ja, das hab ich mir gedacht, das hab ich Ihnen gezogen. Aber du kennst schon die Theorie hier, oder? Springer? Ne, ne. Die Anfangszüge müssen wir schon noch kurz machen, damit wir auch hier in die richtige Störung reinkommen. Nicht, dass das, ähm, weil es dann ungünstig wird, wenn jetzt hier die Theorie, ähm, ja, der muss man schon kurz folgen. Und dann können wir, dann können wir, genau, dann können wir durchstarten. Ich glaube, ab jetzt können wir spielen, oder? Ja, viel Spaß. Hast du eine Wette verloren, oder? Wie kennst du das nicht? Das ist Elefantenkampf. Ja, aber es ist ja nicht gut. Also da ist ja mein Springer als Ex-Franzose ein Traum. Eine Traumvariante. Also bisher hab ich damit 100 Prozent. Okay. So, König. Ich mein, was willst du denn mehr? Wir haben den König sicher, wir haben den Turm ins Spiel, wir haben nur zwei Bauern weniger, wir haben Entwicklungsvorsprung, gleich kommen alle raus. Ist doch, ist doch alles nice hier. Springer. So, mit Tempo. Ja, also es stimmt schon, in der praktischen Partie, vor allem mit kurzer Bedenkzeit online, das ist vielleicht gar nicht so einfach, vor allem auch psychologisch, weil es denkt hier, den fäge ich vom Brett, den muss ich wieder legen und ist nicht so leicht. So, Springer. Ja, noch, auch noch mit Tempo raus. Das wird hier... Oh, E5 wäre besser gewesen noch. Oh, E5 wäre schön gewesen, ja. Das wird hier eine Elefantengang mit Musterpartie, das kündige ich schon mal an. Nee, ist klar. No pressure. No pressure. Turm. Turm. Jetzt den Turm. Ja, das war klar. Verenkt. Ja, ich weiß. Gut. Stellen wir mal nach G7 hier. Greifen direkt schnell was an. Die Dame steht komisch, alle seine Figuren stehen schlecht. Wir besetzen das Zentrum und dann wird er weggefegt hier, Dieter 2000. Turm H5 war vielleicht auch eine Option und dann Turm E5 wie den. Ja. So, schnappen wir uns den. Nee, der soll da ruhig mal reinruhieren. Bauer. Ja, der kann da reinruhieren in der Zwischenzeit. Gewinnen wir alle seine Figuren. Unser König steht sehr sicher. Lasst euch nicht vom fehlenden Bauernschutzschild täuschen hier. Was ist denn besser? Turmschutzschild oder Bauerschutzschild? Das ist doch klar. Turm 5 Bauern einhaltenwert. Bauern höchstens 3. Bauer. Ja, auf geht's hier. Also mittlerweile kann es sogar sein, dass wir objektiv besser stehen. Kann schon sein. Aber trotzdem, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Okay, ja. Einmal der Hinweis muss sein. Das ist ein bisschen wie, wie hieß die Show früher? Jackass? Wir sind Schaff-Jackass jetzt gerade. Okay? Also nicht nachmachen. Okay. Ja, weiß hat ein bisschen Kompensation für den Entwicklungsnachteil durch die zwei Bauern. So kann man es sagen. Okay. Was machen wir hier? Siehst du eigentlich mein Brett? Vielleicht. Ich habe ja... Nee, nee. Ich habe dein Brett nicht. Okay, gut. Dann kann ich dir hier anzeigen, was ich möchte. Ja, du möchtest bestimmt... Ich mache mal Bauer. Ja, auf geht's. Auf geht's. Ja, okay, okay, okay. Immer weiter nach vorne, bis es nicht mehr weiter geht. Okay. Echt? Nochmal Bauer? Nee, das war jetzt nicht. Läufer, 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 Läufer. Ja, genau, Läufer ist doch auch eine schöne Figur, die man mal ziehen kann. Gleich ist deine Dame weg. Ich sehe es schon kommen. Die Dame ist doch gleich weg. Muss die Dame jetzt vier entkittieren, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Dame E3. Das ist die heiße Idee, man. Dame E3. Oh, 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 oh. Das ist nicht mehr schlecht. Dame E3 wäre nicht so schlecht gewesen. Ja, dann glaube ich, aber Springer G4, das ist die Dame, glaube ich, weg. Dame E4, Läufer D6, da wäre sie weg gewesen, mein Lieber. Ach so, er kann es ja E2 ziehen, aber ja. Okay, weiter geht's. Aber dann kommt auch der Springer nach vorne. Nee, Dame E3 musste schon. Ich würde sagen, Bauer. Jetzt Bauer. Okay, also es kann nur einer sein. Immer weiter nach vorne. Immer weiter nach vorne. Er kann sich ja nicht entwickeln. Er kann nichts. Er kann nichts machen mehr. Ich sage es dir, das ist die Musterpartie. Okay, jetzt C3 kann er wohl machen. Kann er machen, aber kann er sich auch nichts von kaufen. Ich sage Läufer. Ja, easy. Wir kriegen übrigens keine Zeit dazu, also noch haben wir genügend, aber nur als Hinweis. Ja. Ja, das wäre jetzt echt mal interessant zu erfahren, wie die Stellung objektiv einzuschätzen ist. Wir haben zwei Bauern weniger, aber er hat einen nach wie vor schlummernden Damenflügelläufer und einen König, der nicht vom Fleck kommt. Und wir haben viel, viel mehr entwickelt. Wo ist denn mein YouTube-Chat? Warum ist denn bei Twitch so viel... Moment, Moment, wir sind am Zug. Sag erst mal eine Figur, bitte. Ah, Läufer. Okay, danke. Uiuiui, Läufer. Ja, der Druck wurde einfach zu hoch. Das ist normal. Wenn man gegen das Elefanten-Germit spielt, da kommt irgendwann der tief logische Druck, der ist einfach so hoch und dann kommt irgendwann so ein Ausrutscher quasi. Und ja, dann war es das, ne? Okay, ja, Turm. Nach der kurzen Rochade hätte ich dich den Turm opfern lassen. Ja, da hätte ich sofort mitgemacht. Läufer A3 ist einfacher, aber ich glaube, das geht dann mit Damenflüge. Also, wenn er jetzt rochiert hätte, dann... Ach so, nachdem der Springer weg war, meinst du? Okay, ja, okay, gut. Dann ist er sowieso... Ich dachte, als der Springer noch ein Brett war. Ne, ne. Ja, jetzt statt Springer A3. So, was haben wir hier? Schönes. Machen wir mal alles zentralisieren, oder? Oh, jetzt habe ich dir einen Tipp gegeben. Dame. Ah, okay. Ja, ging auch besser. Ja, DC3 hätte man auch spielen können, aber gut, mit Figuren mehr lebt es sich sowieso. Entspannt. Ja, das war jetzt irgendwie so ein Antiklimax, ne? Also, so schön, wir haben alles aufgebaut und dann gibt uns Dieter 2000 einfach den Springer. Das ist dann natürlich nicht mehr so die Herausforderung, leider. Du, ich glaube, er wollte einfach verhindern, dass diese Partie in Lehrbücher kommt, weil das Ende ist ja so ein bisschen, ein bisschen hergeschenkt und... Also, ich bin dran, deswegen hat er das gemacht. Weißt du was? Ja, mach einfach, sag einfach irgendwas. Ach so, ja, okay, komm, Bauer. Ich dachte, du wolltest den Laufels schlagen. Ja, aber es geht nicht ganz. Warum nicht? Egal. Bauer, komm. Jawohl. Die Partie, die kommt noch in die Lehrbücher. Ja. Springer. Springerli. Warum nicht widerschlagen? Was geht jetzt ab? Nee. Du willst... Springer. Ja, oder was? Jawohl. Ja. Ja, jetzt verleben wir uns bestimmt doch. Höchstens auf Zeit. Hey, das ist doch... Nein, nein, guck mal, wir haben alle Figuren im Angriff und er hat... Der Darm auf G2. Ja, das stimmt. Wer hat der Darm auf G2? Außerdem haben wir eine mehr. Ja, okay. Bisschen Ball müssen wir uns aber. Vielleicht. Vielleicht. Ja, passt schon. Ich glaube, das ist entspannt. Karl, was hast du getan? Ja, er kann jetzt noch nicht mal auf G2 schlagen. Wir können wieder nehmen oder springen die drei erstmal. Komm, Turm. Komm, was weg muss, muss weg. Bauer. Bauer? Zelebrierst du es aber hier? Freilich. Okay. Ist Dame schon gepremovt, oder? Ja, Dame gepremovt und dann Springer gepremovt. Wow, du schaust weit voraus. Okay, Dieter. Ja. Dame gepremovt, jetzt Springer gepremovt. Und nach König G1? Nee, ich dachte schon, du nimmst auf H1 und dann Springer E4. Natürlich nicht. Das ist nur noch durch E4 zu verteidigen. Ja, jetzt muss ich den Springer prremoven. Ähm, tja. Okay, jetzt, ja, Turm ist vorbei, ne? Du hast Springer gesagt. Also. Okay. Jetzt Turm? Nein. Okay. Jetzt Turm. Gut. Alles klar, vielen Dank an Dieter 2000 und das Elefantengambit bleibt unbesiegt. Ja. Okay, möchte ich nur nochmal erwähnen. Möchtest du mal deine Blindspielkünste zum Besten geben? Oh, ja, ja, jetzt fragst du mich was. Ähm, ja. Oder soll ich das mal machen? Das wird ja auch schon gefordert. Das wird schon gefordert. Ja, stimmt. Das ist eigentlich immer dabei, wenn ich hier einen Gast habe oder wir was zusammen machen. Ja, mach du mal besser. Ich mach die Züge gerne. Aber, äh, ich hab jetzt einfach, ich hab jetzt einfach nicht die Schlafmaske zur Hand und da ist schwierig. Ich schon. Und da verschwindet er aus dem Bild. Alles klar. Einzelbädchen. Alles klar. Ja. Ich hab mich selbst unsichtbar gemacht, damit ich mich jetzt unsehend machen kann. So. So, du sagst mir die Züge und ich sage dir meine. Okay. 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 Vielen Dank.